ja hallo liebe freunde und herzlich willkommen zu einer neuen reaction auf meinem kanal die erste reaction des jahres 2024 und wir gucken uns heute ein video vom guten daniel die plate an und zwar wer wird gewinnen mario 64 irgendwo auf der map soll scheinbar ein shiny star spawnen mehr weiß ich auch noch nicht ja daniel ich hoffe dass dir das wieder zusagt dass ich mal wieder auf eines deiner videos reagiere und wenn ja dann zeigt es doch mit einem kommentar eine gute bewertung was weiß ich egal ich habe lange genug gelabert lasst uns anfangen wer diese am längsten behelf der gewinnt das ganze match das ausgelaufen ist erfährt ihr in diesem video viel spaß okay da sind wir jetzt und wir werden jetzt hier rein starten in die erste map also wer wird die scheinen bekommen ich nicht leider für den für die leute die frage bringt jetzt was das für was eine scheine so ein shiny star ist der shiny star ist eine erfindung die aus super mario sunshine kommt dem nachfolger von super mario 64 dass man das jetzt hier eingebaut hat zeigt dass es ein gemoddetes spiel ist ich hoffe mal es leckt nicht zu krass das ist ein profil gibt mir den profil ich habe den krabbel ich habe den krabbel ich dachte er springt runter dieser kenne tschüss leute haut rein diggi du krabbel läuft ja sauber blauer blauer wario war das lario oder warst du daniel die wario was keine ahnung was ich hier weiter geht's ich kann es nicht glauben dass es wirklich jemand es gibt der krabbel dazu sagt ganz ehrlich jungs wo bleibt denn da ihr eigentlich ich bin schon oben kann gar nicht sein ich bin oben ich hab doch die scheinen ich bin hier oben bei diesem ding hier bei diesem womp ding ach da und das max max ich seh nicht leute holt euch den krabbel den krabbel gut gewonnen okay also jetzt mal wieder ein zusammenschnitt das war wohl also nicht das komplette video geht wahrscheinlich ein bisschen länger aber ich finde das ja cool wie er das zusammenschneidet ist immer eine gute zusammenfassung und immer was schönes für zwischendurch da schaut ihr auf jeden fall mal vorbei übrigens das original video und der kanal von daniel sind natürlich in der video beschreibung und auf meinem kanal gibt es auch einen weg zu seinem kanal schaut auf jeden fall mal vorbei und wenn ihr keine weiteren reactions in zukunft verpassen wollt lasst doch mal ein like da und abonnieren ist kostenlos jetzt wird es hier kreppel mäßig ja jetzt wird es hier wenn ich russische schulett ach du scheiße diese farben ich bin ein kreppel mann holt euch den schein holt euch den schein holt euch den kreppel ich bin euch nein grüße gehen raus so aber es geht weiter auf bimberberg 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 jeder deutsche sagt greff er ist tot er ist dumm wieso bin ich dumm er holt ihn jeder deutsche sagt greff ich habe doch gerade eben schon gesagt reeve es ist englisch nein ich finde die idee super wenn ich mal wirklich ein pc hätte wäre ich auch gerne mal bereit mitzumachen aber momentan leider nicht machbar für mich noch nicht warten wir mal ab irgendwann ist es soweit ich habe ihn nicht verfehlt nein wo ist der stern wo geht es denn für dich hin ähm ja ich habe mich runter gehauen jungs nein ich bin runter gefallen glaube ich nein ich habe dich raus gehauen aus der röhre nein pinguine pinguine geben sich herz hey wieso haut er nicht ab ich dachte dies brunt Noah hat sie nein pinguine 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 Webb Ja, das ist wahr. Gut. Okay, ab in die Lavalands. Ein Artertrinker, was? Ich hoffe, ihr seid bereit, Jungs. Verbrennen wir uns nicht den Arsch hier in den Lavalands, Daniel? Ja. Ich werde mir jetzt absichtlich den Arsch verbrennen. Tschüss, Jungs. Ich brenne mir den Arsch ab. So bin ich schneller. Ey, sag mal. Das ist doch Cheating. Ich habe die Schein. Ich habe dich. Boah, was passiert hier, Digga? Der Vulkan bricht aus. Arsch verbrennen lohnt sich. Nein. Arsch verbrennen lohnt sich. Arsch verbrennen. Ey, das ist gerösteter Vario, ey. Super. Einmal Arsch verbrennen. Hau ihn rein. Nein. Ja. Let's go. Und dann sitzen die alle auf der Lava rum. Die Sandlands. Alter, Max. Nein, Jungs, ich wäre sicker. Noah, komm bloß nicht hoch. Ich bin der Scheinmaster. Und ich lebe hier oben in meinem Palast. Ich rutsche jetzt hier rein. Oh, nee, da kann man nicht rein. Das ist kein Level. Nein, die Schein. Nein, nein, nein. Hab sie. Ich komme nicht raus aus der... Oh Gott, eure Kommentare sind wieder... Nein, ich habe die Schein wieder verloren. Genial. Großartig. Hast du nicht verkommen? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ja. Oh mein Gott. Die Schein. Let's go. Aber Max, du hast wenigstens... Du wurdest nicht disqualifiziert. Das heißt, du bist Dritter und Reef ist der Letzte. Und falls dir diese Folge gefallen hat, dann lass einen Like da. Und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Wow. Ciao, ciao. Was soll ich sagen? Großartiges Video mal wieder. Super zusammengeschnitten. Kurzes Intro, kurzes Outro. Super genial, großartig. Bin mal wieder super zufrieden und super unterhalten gewesen. Deswegen gibt das Video auch einen Like von uns. Und wenn ihr mehr vom Daniel sehen wollt, lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, auf wen ich mal noch so reagieren soll. Ich habe ja auf einige Leute schon reagiert. Habt ihr da irgendwelche Wünsche? Soll ich dann doch mal jetzt bald mal auf Kenny reagieren? Kenor, Shio oder Knorr, Shio, wie ich ihn gerne nenne. Soll ich nochmal bei Daniel vorbeischauen? Oder auch noch mal bei Your Game? Bei denen werde ich auch bald nochmal vorbeischauen. Das schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich werde dem nachgehen. So, ich hoffe euch hat das Video gefallen und die Reaction gefallen und meine geistreichen Kommentare dazu. Mein Name ist Hinterfox. Wir sehen uns bei der nächsten Reaction wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss. Bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss.